Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe ein Problem, was mich gerade sehr, 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 sehr beschäftigt. Und nein, es ist nichts Dramatisches, nichts Schlimmes, es ist einfach etwas, was mich beschäftigt. Und zwar geht es um, wie dann wahrscheinlich irgendwie in der Überschrift stehen wird, Planen. Eine Art und Weise zu finden, wie man etwas planen kann und sich eine Übersicht darüber verschaffen kann. Und dann, ja, ich habe damit Probleme, weil ich mir einerseits immer sage, ich möchte einfach das machen, worauf ich gerade Lust habe, weil mich das eigentlich glücklicher macht oder ich denke, es macht mich glücklicher. Auf der anderen Seite liebe ich es aber, mir To-Do-Listen zu machen und halt Dinge abzuhaken. Also ich habe das gerne erstens, weil ich sehr vergesslich bin und gerne einen Überblick habe. Und ich mag es, Dinge abzuhaken und zu wissen, ja, ich habe das jetzt endlich mal fertig gemacht. Und ja, ich mag es auch, das zu gestalten, die Seiten und einfach zu sehen, was ich so alles machen kann und worauf ich so Lust habe und so. Und ich weiß nicht, das ist irgendwie ein gutes Gefühl. Ja, und ich habe es schon öfters und immer wieder und lange versucht, mir da irgendwie so ein System zurechtzubasteln, wie ich das am besten machen kann. Ich hatte ganz früher mal angefangen, mir einfach stumpf To-Do-Listen aufzuschreiben, auch nicht besonders schön, einfach nur für mich, dass ich das dann abhaken konnte und keine Ahnung. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Ist schon richtig lange her eigentlich. Und hat so mittelmäßig funktioniert. Also diese Sachen funktionieren meist am Anfang richtig gut und nach einer Weile merke ich dann, dass irgendwas daran doof ist. Zum Beispiel da war es halt auch, dass ich dann dachte, ja, aber eigentlich will ich ja das machen, was ich gerade machen will und nicht irgendwas auf der To-Do-List. Ich brauche diese To-Do-Listen halt, um eine Übersicht zu haben, was ich noch alles machen will und was ich machen kann und was ich schon getan habe. Ich brauche sie nicht, um zu sagen, so, ja, heute muss ich das, 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 das machen und ich fange dann, um die und die Uhrzeit an, das zu machen, mach man das, mach man das. Ich will halt ein bisschen mehr Freiheit irgendwie da reinbringen und nicht das so strikt haben. Und das stört mich. Ich will auch dann einfach mal irgendwas anderes machen können. Und ich will sagen können, ja gut, dann mache ich das halt morgen und mich nicht dabei schlecht fühlen, weil ich dann diesen einen Punkt nicht abgehakt habe. Oder ich will auch nicht am Ende auf diese Liste blicken und dann sagen, oh, ich habe ja heute nur zwei Sachen gemacht. Aber vielleicht waren das zwei größere Sachen oder zwei Sachen, die halt einfach mehr Zeit in Anspruch genommen haben. Das kann ich an dieser Liste ja auch dann in dem Sinn überhaupt nicht sehen. Also ich weiß das dann, aber wenn ich dann zwei von sechs Punkten oder so abgehakt habe, sieht das halt komisch aus und dann stört mich das halt persönlich. Und ja, momentan habe ich das so, dass ich einen Planer habe, wo ich wöchentlich Punkte abhaken kann quasi. Also es ist eigentlich so ein Bullet Journal, aber ich benutze das nicht so, wie das auf der Seite ursprünglich, von der ich das habe, vorgeschlagen wurde, sondern ich mache das ein bisschen anders. Und das habe ich auch schon richtig oft variiert. Ich hatte da auch ganz am Anfang, glaube ich, auch Tageslisten. Aber das fand ich dann dumm, weil das hat mir auch überhaupt nichts... Also das ist halt wieder das gleiche Problem, dass ich dann am Ende des Tages entweder schon unzufrieden war oder mich diese Punkte halt irgendwie genervt haben. Keine Ahnung. Das habe ich dann nicht mehr gemacht. Vor allem, weil es sich auch irgendwie nicht gelohnt hat. Ich hatte dann lieber einen Wochenüberblick und habe dann einfach... Dann ist es nicht so fest. Dann konnte ich die Tage halt die Sachen lockerer machen und sagen so, ja, eigentlich ist das ja für Montag, aber Hauptsache ich mache das. Und Hauptsache ich kann das abhaken. Und es ist nicht so mega wichtig, dass ich das jetzt am Montag mache, auch wenn ich mir das vornehme. Aber das ist jetzt halt nicht so das Oberziel sozusagen. Und das hat jetzt eine Zeit lang ganz gut funktioniert, aber jetzt habe ich das Problem, dass ich irgendwie viele Sachen nicht gemacht habe eine Zeit lang und irgendwie rausgekommen bin und deswegen jetzt unzufrieden bin irgendwie mit dieser Art Sachen zu planen. Und ich weiß nicht, ich hätte gern... Also ich habe so Sachen im Kopf, die ich alle machen will und ich will die halt irgendwo aufschreiben, aber ich will nicht stumpf eine To-Do-Liste machen, weil ich damit ja, wie gesagt, schon mal Probleme hatte und ich weiß dann auch nicht, was soll ich denn? Also ich kann einfach To-Do-Liste schreiben oder To-Do-Liste 1 oder keine Ahnung und dann halt das einfach abhaken, das überhaupt nicht nach Tagen sortieren oder nach Wochen. Aber dann habe ich auch das Problem, dass ich ja bestimmte Sachen jetzt sofort machen will eigentlich und andere Sachen halt später oder andere Sachen einfach länger dauern und ich die nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gerne fertig haben würde. Und ich weiß nicht, wie ich mir das dann überhaupt organisieren soll. Das ist irgendwie total kompliziert. Und ich bin auch noch nicht zu einem Ergebnis gekommen. Also dieses Video ist jetzt kein... Ich habe die Lösung, wie man Dinge planen kann, Video. Sondern ich wollte da einfach mal drüber reden, weil mich das einfach stört. Und ich muss mir da jetzt gleich irgendwas überlegen, damit ich mir die Sachen mal aufschreiben kann, weil mich stört es jetzt schon. Ich habe jetzt heute ein paar Dinge getan, die eigentlich auf diese Liste gekommen wären, aber ich konnte sie ja jetzt nicht abhaken, weil ich halt diese Liste noch nicht habe. Und das ist irgendwie so... Eigentlich ist es total bescheuert. Eigentlich sollte ich einfach das machen, was ich machen will und nicht so rumjammern. Aber ich will halt eine Liste haben. Und ich will das... Oh man, mich nervt das total. Ich habe auch... Ich habe halt diesen Planer, dieses Bullet Journal eigentlich, wo ich halt so allgemein private Sachen quasi reinschreibe. Und ich habe ein Buch für die Uni. Und in dem Planer für die Uni trage ich recht wenig ein. Eigentlich ist es total die Verschwendung, weil ich finde diesen Planer einfach so, 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 so schön. Und ich nutze ihn halt irgendwie nicht richtig. Also ich habe dann immer halt auch eine Wochenübersicht. Dann schreibe ich hin, wo ich die Woche... Was ich die Woche an Uni-Sachen habe. Und jede Woche das Gleiche ist auch total unlogisch. Ich habe da auch einen Stundenplan drin, aber ich schreibe es mir halt jede Woche auf, damit da irgendwas steht. Dann habe ich so kleine Klebezettel mit so To-Do-Punkten, die ich dann abhacke. So was wie, ja, ich muss mir die Japanisch-Lektion angucken und ich muss da noch das machen und so. Aber irgendwie bin ich damit auch nicht zufrieden. Ah, das ist so schwierig. Und meine Tasse ist zu heiß. Ich kann die nicht abstellen. Ich habe keine Hose an. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, worauf ich mit diesem Video jetzt genau hinaus will. Weil ich wollte euch das einfach mal mitteilen, dass ich da ein Problem habe und mich jetzt vielleicht gleich mal darum kümmern werde, das Problem irgendwie zu lösen. Wobei ich mache vielleicht besser erst etwas anderes, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass das lange dauert oder ich am Ende total unzufrieden bin und dann keinen Bock mehr auf irgendwas habe. Und deswegen sollte ich vielleicht erst etwas anderes machen. Aber dann bin ich wieder unzufrieden, dass ich diese Sachen nicht auf meinen Planer abhaken kann. Warum ist das so kompliziert? Vielleicht habt ihr ja irgendeine Idee, wie ich das machen könnte. Oder ihr könnt mir auch einfach schreiben, wie ihr sowas macht. Also wie ihr euch euer Leben quasi organisiert. Ob ihr überhaupt irgendeine Liste führt oder irgendeinen Planer. Oder was weiß ich, vielleicht habt ihr einfach nur einen Schulplaner oder so einen kleinen Planer für Termine als Übersicht oder so, keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall richtig cool, mir meinen Planer halt auch zu gestalten. Und ja, das kann ich euch sonst auch gerne mal zeigen. Falls ihr das sehen wollt eigentlich, hätte ich das auch jetzt machen können. Aber egal, ich wollte einfach nur mal darüber reden, weil mich das halt so nervt gerade und ich gerne eine Lösung dafür finden würde. Die könnte ich euch dann auch eventuell mitteilen, wenn ich sie denn finde und damit glücklich bin. Oder ja. Und meine Planer kann ich euch dann gerne mal zeigen. Und vielleicht habt ihr ja jetzt Lust, irgendwie Sachen zu planen. Ich habe immer so viele Dinge, die ich gerne machen würde. Deswegen brauche ich das eigentlich irgendwie. Und ja, wie gesagt, ich mag das Ding abzuhaken und so. Von daher, ja, vielleicht habt ihr auch dieses Bedürfnis. Vielleicht nicht. Vielleicht gibt es auch irgendwie gar nichts, was man in eurem Leben planen müsste. Vielleicht macht ihr sowieso schon das, was ihr machen wollt. Und habt ihr überhaupt kein Problem. Keine Ahnung. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Peace.